Wenn ich das nicht tue, wer sonst? Hat sich irgendwie so ergeben? Weil ich es machen kann? Ich möchte gerne anderen Leuten helfen. Helfen ist doch total normal. Ich glaube, eigentlich will jeder Mensch gut sein. Wenn ich Hilfe brauche, dann erwarte ich auch, dass man mir hilft. Wenn wir anderen Leuten helfen, ist es sehr gut für einen gemeinsam. Deshalb müssen wir miteinander helfen. Ich bin überzeugt davon, dass wir aufeinander angewiesen sind und dass wir nur in einer Gemeinschaft existieren, in der wir uns gegenseitig unterstützen. Wie sollen sich Menschen in einem fremden Land denn ganz ohne Hilfe zurechtfinden? Viele fühlen sich überfordert. Und sie sprechen die Sprache nicht. Wenn es so viele Leute helfen, ist es glücklich. Ich möchte anderen helfen. Und das ist ja auch was sehr Schönes. Miteinander sein und sich zu unterstützen und füreinander da zu sein. Und wenn man seine Fähigkeiten austauscht, dann kann das Ganze viel mehr wachsen. Man lernt neue Leute kennen. Ich habe so viele tolle neue Erfahrungen gesammelt. Statt immer nur reden, handeln. Ja, Glück teilen. Ich liebe andere Leute helfen. Ist einfach eine gute Sache. Ich liebe andere Leute, ich liebe andere Leute, ich liebe andere Leute. Ich liebe andere Leute, 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 ich